Ab dem 1. Juli wollte Israels Regierung an die Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlandes gehen. Am 10. Juni schrieb tagesschau.de zum Besuch von Heiko Maas am selben Tag in Jerusalem und Tel Aviv. Er wolle über wörtlich Folgen auf internationaler Ebene und auch für die Beziehungen zu Deutschland sprechen. Was auch immer der deutsche Außenminister damals verabredet hat, der Ton deutscher Leitmedien gegenüber der Regierung Netanyahu hat sich seither geändert. Es gibt Kritik. Ungefähr nach dem Motto des französischen Außenministers Talron zu Napoleons Zeiten. Es ist schlimmer als ein Verbrechen, es ist eine Dummheit. Bei Verbrechen gegen Palästinenser, nicht bei Dummheit, ist man sich einig. Ein Beispiel für den neuen Sound liefert der Mitherausgeber der Zeit, Josef Joffe, auf Seite 1 der Wochenzeitung. Unter dem Titel Wut und Weitsicht schreibt er, EU, UN und Arabische Liga toben. Die Palästinenser-Behörde wütet. Nicht einen Zentimeter. Derlei Protest hat Israel als rituelle Routine eingepreist. Ignorieren kann Netanyahu freilich nicht den Schaden, den Israel sich selbst zufügen würde. Soweit das Zitat. Und der Schaden? Der Zeitstratege macht aus realpolitischer Sicht, wie er schreibt, eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Was bringt die Annexion? Joffe wörtlich Israel will sich einen langen Streifen, in Klammern 17% der anvisierten Fläche, entlang der Ostgrenze zu Jordanien greifen. Der strategische Gewinn wäre gleich Null, der politische Preis unkalkulierbar. Die Kontrolle über das Gebiet habe Israel schon seit 50 Jahren, wörtlich im stillen Einvernehmen mit Amman. Denn für den jordanischen König Abdullah trenne das Jordantal die Palästinenser-Mehrheit im eigenen Land von den Brüdern am Westufer. Eine Lebensversicherung für die Jordanier. Im Westen des besetzten Gebiets wolle Netanyahu 13% kassieren. Auf palästinensischem Gebiet bliebe, so Joffe, ein Flickenteppich von Siedlungen unter Israels Souveränität. Jeder Einzelne müsste von der Armee gesichert werden. Jedem Siedler seinen Bodyguard. Der Zeitmann sagt Missfallen der israelischen Armee über diese Aufgabe vorher und schreibt in Ramallah fegt der Aufstand Präsident Mahmoud Abbas davon. Israels Todfeinde Hamas und IS machen sich mit iranischer Hilfe breit. Schließlich aber riskiere Israel sein größtes Plus die stille Allianz mit den Saudis und den Golfstaaten mit Kairo und Amman. So ändern sich die Zeiten. Nicht die Unterstützung durch die USA oder die Komplizenschaft der EU sind Rückhalt für Netanyahu, sondern die benachbarten Feudal- und Militärregime. Soweit die realpolitische Strategie, der Joffe eine moralische Abwägung folgen lässt, die es in sich hat. Er schreibt, Israel kann nicht sowohl ein jüdischer als auch ein demokratischer Staat bleiben. Entweder haben alle die gleichen Rechte oder das Land zerfällt in Bürger erster und zweiter Klasse. Die einen oben, die anderen unten. Soweit Joffe. Wenn an die 100.000 Palästinenser durch die Annexion eingemeindet würden, würde das all jene bestätigen, die ohnehin wähnen, Israel, die einzige Demokratie in Nahost, verkomme zum Kolonialstaat. Nun waren westliche Demokratien und Kolonialismus noch nie ein Gegensatz. Da musste nichts verkommen. Aber kürzlich noch waltete bei ähnlichen Aussagen der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung seines Amtes. Kolonialstaat liegt kurz vor einem Vergleich Israels mit der Apartheid. Aber Joffe bekommt die Kurve. Seine buchhalterische Auflistung von Plus und Minus einer Annexion besagt, die ginge in Ordnung, wären da nicht dumme Konsequenzen verkommen.